hallo leute und willkommen zurück zu einer weiteren let's play folge ls 19 auf der map felsbrunnen ja ihr habt es in der letzten folge sehen wir haben uns ein cool steil gekauft und ich habe mir das video noch mal angeguckt weil mir fehlt einfach geld im kaufpreis stand 100.000 wo es gebaut habe hat 139.000 euro gekostet ich weiß nicht warum aber ich dachte mir wir lassen das jetzt so der geldstand ist jetzt erstmal da was soll man machen ich habe ich bin ehrlich wollte es eigentlich ändern den stand habe ich auch gemacht er zeigt mir aber auch an aber im spiel ändert es nicht dass es jetzt ist jetzt halt so da muss ich halt bisher mehr kredit noch mal aufnehmen aber da kann ich jetzt leider nichts machen ich verstehe das nicht warum er zeigt 100.000 euro an kostet der kunst aber zieht 139.000 ab das verstehe ich nicht oder ist das halt umso gerade er alles ziehen muss umso teurer wird dass ich weiß es nicht genau könnt ihr mal einen kommentar schon vielleicht wisst ihr woran das liegt wenn er 100.000 anzeigt aber 139.000 kostet ich weiß es nicht ich weiß es nicht aber was ich auf jeden fall weiß ist wir sind mit unserer aufgabe fertig das heißt wir können erstmal unsere sachen mal wieder auf den hof bringen so wir können den ich kann eigentlich hier über den rasen fahren ich glaube das feld werden wir in der nächsten folge auch noch mal vergrößern wenn wir wieder mal ansehen müssen so kommen hier du kommst erst mal hier so rückwärts fahren klappt auch wieder besser weil ich muss dazu gestehen ich habe die empfindlichkeit wieder so ein bisschen eingestellt dass das wie in alle im ls 17 war dass man einfach nicht nicht gerade öffnen dass man einfach den einfach besser fahren kann die vorzeuge ich fand die lenkung zwar gut die waren mehr realistischer aber das kann man echt nur spielen wenn man auf dem mit dem lenkrad spiel dann macht das sinn würde ich sagen ja ist okay wenn man offen mit dem lenkrad spielt dann ist das okay aber hier so für uns die ohne lenkrad spielen das ist finde ich ein bisschen zu viel so ist hoffe ich ich bin richtig krumm g das ist nicht gut wenn er noch vorne gibt dann müssen wir ein bisschen noch mal noch da so sehr schön ach komm ich hole mal mit dem nachkommen wir können das auch mit dem machen so einmal rückwärts so leute und auf jeden fall unser flug flügt dann werden wir das fällt ja auch noch mal ein bisschen vergrößern man kommt damit hin ja kommt da wenn man das eine vielleicht noch mal ein bisschen vergrößern dann gucken wir mal wo wir das vergrößern können und dann gucken wir mal was wir alles noch so für die tiere brauchen wir lassen sich erstmal hier so stehen falls wir doch noch eine mission machen komm aus ich kann auch mal aus machen so er pflügt das ist sehr schön wie weit viel hat er noch nicht mehr viel nicht mehr viel nicht mehr viel das ist sehr schön können wir nicht hier rüber er kann man es eigentlich mittlerweile öffnen kann man nicht okay so wir gucken mal zack bauen sie los 15.000 kostet und so ein kleines 15.000 was brauchen wir denn noch wir brauchen wer was haben wir denn da 19.000 doch nur die zwei das hier werden schon gras schneiden das ist das seitliche das müsste das für die seite seien 16.000 rechnen 16.000 16.000 leute schwarzer 16.000 man könnte nochmal den das ist nur 16 29 39.000 39.000 40 50.000 50.000 und wir brauchen natürlich auch irgendwas wo wir es mit pressen könnten die ist natürlich teuer was haben wir denn hier 100.000 100.000 knappe 150.000 bräuchten wir mal gucken ob das wir brauchen wir noch wasser brauchen wir auch noch oh man 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 so was gibt es denn hier kartoffeln ernten bringt 15.000 leute aber 12 hektar alter falter was haben wir denn hier noch für aufgaben leichte der besitzer bietet eine bildung von 100 zu mähen von dann müssen wir auch noch ballen und alles wickeln ne ach man gibt es ja eigentlich was schnelles was hier haben wir hier trotzdem gegenstände vom supermarkt feld 23 tja leute irgendwie ist das alles nicht so schön du kannst mal kurz weitermachen wie weit ist denn unser feld ist das komplett gedüngt komplett gedüngt ja da kommt leute wir nehmen mal wie viel kredit haben wir einen kredit auf 200 nein komm dann leihen wir jetzt erstmal gut man muss auch abbrechen in 40.000 40.000 hätten wir ja eigentlich noch so wir kaufen jetzt erstmal erstmal kaufen wir was für unseren hof so äh ne das nicht wir wollen ein silo dann nehmen wir den normalen wow ok der reicht für unsere 50 da stellen wir hier das hey das passt doch perfekt hier vorne hin oh ok wenn wir das jetzt nochmal verkaufen das finde ich jetzt gar nicht toll dahin mhm hhmhm ta 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 garage ach komm verkaufen wir siebeinhalb tausend aber was leute was mir eingefallen ist moment wir müssen mal kurz gucken mit ja sie lage die lage in silos ja leute dann kaufen wir noch mal ich weiß das war gerade doof aber das da gerade ich dachte darunter ist nix was die fläche ist jetzt geblieben das ist jetzt echt doof das ist jetzt echt aufkommen das sieht auch Mist aus so das sieht jetzt echt Mist aus das video sieht auch irgendwie nicht schön aus hätte ich das gewusst dass das da weiß macht und ich hätte es hier nicht hingestellt ich dachte das ist einfach nur ohne boden und man stellt einfach nur hin und jetzt auch noch hier in unser feld rein aber gut naja dann lassen wir das jetzt so können wir auch nichts ändern so es ist auch dass die erste map hier drauf die wir spielen so der reicht eigentlich auch erst mal kaufen so wir brauchen noch da reicht eigentlich immer den kaufen sagt sagt was brauchen wir noch wir brauchen einen wenn da braucht man erreicht der hier kaufen so jetzt haben wir noch 90.000 gut wir haben auch mit mehr gerechnet ich habe auch mit einem anderen mähwerk gerechnet das ist gar nicht so schlimm hier transport das haben wir denn hier alles jetzt zeigt es auch mittlerweile an sechs kühe ja das könnten wir uns später noch mal holen so leute wir gucken aber noch mal ja dann müssen wir hier hin zack karte wir möchten noch mal ein feld das kostet genau 91.000 das würde auch 91 kosten nein 107 128 tug gucken wir mal welches wäre denn besser für uns geeignet dass meist drauf nachmal es wär drauf Mais wäre drauf. Ta ta ta. Ach, Mist, 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 Leute. Mist, Mist, Mist. Ich habe jetzt auch gar nicht mehr. Ach so, ach ist egal. Komm her hier. Line. Bis 500.000 gehen wir jetzt. Zack. X. Das geht bis dahin das Land. Komm noch mal her. Na ja, gut, bis hierhin könnte man abmähen. Das Feld könnten wir auch vergrößern, aber wir wollen ja sowieso Gras pflanzen. Ja, komm her, dann nimm mal das jetzt, das Feld. Ja, hier, komm. Feld 28, zack. Kaufen schweren Herzens. So. Zack. Dann müssen wir jetzt mal kurz gucken. Äther drüber. Maisgebiss. Es gibt gar nicht mehr so einen, ne? Feldhäcksler. Hm, was kostet denn der, wenn wir den leihen? Man kann das gar nicht mehr so runterhauen. Gibt's gar keinen normalen Häcksler? Ja, kein Häcksler. Müsstens auch das Leihen, ne? Gut, das könnten wir uns, wir haben. Hm, hm, hm. Zack. TX-32, TX-32. Aha, Feldhäcksler. 24.000 würde uns das kosten. Näh. Zurück. TX-32, der hier. Zack, zack, den mieten wir jetzt einfach mal. Mieten. Den mieten wir uns, Leute. Und. So. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange die Folge schon geht. Ich habe echt, Leute, ich habe gerade nicht aufgepasst. Aber ich glaube, wir sind am Ende dieser Folge. Diese Folge war echt nicht schön. Wir haben echt viel Schulden gemacht. Ich weiß, das ist doof. Ich finde es auch relativ doof. Aber vielleicht können wir gleich nochmal den Weizen gut verkaufen. Ja, Leute, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir sehen uns in einer weiteren Let's Play Folge LS19 auf der Felsbrunnen, ihr wisst es. Schaltet ein. Die Folge ist für einen Freitag. Nächsten Montag wieder. Wir sehen uns bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Und tschüss. 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 Das war's.